hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von minecraft ja so wir sind wieder zurück in der wütste und jetzt ja jetzt müssen wir mal gucken jetzt wollte ich erst mal hier die bahn bevor wir jetzt die zweite pyramide bauen und die hier müssen wir auch noch ein bisschen ausbauen von innen werden wir erst mal hier vorne unseren bahnhof hinzimmern dafür müssen wir das erstmal weg weg so blutsche blutsch so blub so jetzt haben wir das soweit erstmal weg jetzt jetzt werden wir eben was ausprobieren blub so das machen wir erstmal hier so zuck und zuck 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 gucken wie weit wir dann gehen können oder müssen blub blub so den crafting table den müssten wir eigentlich auch abbauen denn so kommt blub 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 ja das war jetzt und den setzen jetzt einfach hier neben so machen wir uns jetzt immer hier und dann brauchen wir mal eben eine eine schippe so pop und dann machen wir uns das geben und blub 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 hand jumped blub 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 campus jetzt sehen wir mal eben darüber so so ne das müsste müsste hoffe ich reichen jetzt machen wir jetzt hier erstmal bahnsteig einen bahnsteig so tuk tuk so mal gucken wie weit war da kommen mit so das selbige blub machen wir jetzt auch hier so jetzt machen wir das am weg waren wir noch sand so wird halt so der sand blick machen wir das hier mal eben von 90 alter schwede da sind die finger schneller als alles andere immer nach weg du ab ins wasser los so dass das ein bisschen symmetrisch aussieht so jetzt was war das jetzt noch mit wir hatten doch ja genau wir haben noch die schienen mitgenommen setzen erst mal normale schienen ein wir können das ja gleich immer noch machen damit ich dann anhaltspunkt habe wie wir das am besten dann bauen so so genau jetzt machen wir das hier so eben schnell weg machen so das müsste ja gut das reicht dann erst mal so jetzt setzen wir das hier auch noch eben hin das müsste im blick das müsste eigentlich von der breite dann hier gut sein gucken wir jetzt erst mal so um eben wegzimmern blüht alles im dunkeln hier furchtbar so soll noch 22 die gehen ja weg die warme semmeln hier die dinger ich glaube wir müssen uns auch noch einen ofen machen sonst haben wir hier so blüpp okay so jetzt brauche ich aber noch was anderes am weg das war falsch so nee 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 so ja genau das brauche ich so wir haben hier echt viel zu viel klamotten alter wir haben irgendwie ein bisschen zu viel im inventar jetzt müssen wir mal schauen wie man wo packen wir das denn jetzt hin verdammt kann man da okay so was tun wir jetzt mal eben weg also den feuerstein machen wir sowieso nicht können wir auch hier lassen den glowstone packen wir so lange hier rein und die kohle packen wir auch hier rein und so jetzt wollen wir das mal eben schnell mal gucken so dann machen wir das hier einmal und da so und dann machen wir das hier und hier so und dann machen wir noch jetzt müssen wir mal eben gucken dass wir es ungefähr mittig bekommen eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf dreizehn vier zehn vier sechs sieben acht die sonne geht auf ja die sonne wow das sieht ja wohl mal hammer hohoho hammer geil ok das soll nämlich hier das dach dann werden so jetzt müssen wir eben gucken dass wir hier blub jetzt müssen wir einen höher so schwupp schwupp blub so so nein so blub das war ja wohl wieder nix so oh wir können schön in der sonne arbeiten hohoh geil alter bis der fertig ist da sind wir ja da ist ja morgen früh so zack geht das so dün 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 so dann hätten wir das schon mal so machen wir jetzt so einen schmalen bahnsteig oder noch einen breiter aber so viel steine haben wir gar nicht ne das reicht wir müssen ja auch irgendwie hier den bahnhof noch dran setzen so so machen wir zwei frei hier vorne blub das soll ja jetzt auch nicht der riesen bahnhof werden ne gucken reicht das von der größe her blut 3,3 da hhhhhh um die klaspen hier gucken wir mal wenn wir das jetzt hier so rüberziehen ne das ist zu klein das ist zu klein wir müssen noch ein bisschen breiter machen so und so ein kleiner bahnhof so angesetzt so okay da müssen wir schon ein bisschen größer so ein bisschen größer muss es schon werden okay zuck so ein blick das können wir gleich immer wegzimmern hier was wir nicht brauchen jetzt mal schauen ob das von der größe her so okay ist ja das würde ich sagen das geht schon so dann machen wir hier normalen ausgang so und dann müssen wir hier das machst du denn da alter schwede ja ich sagen wir haben eine neue maus hier und irgendwie mag die mich nicht ich glaube die stoff machen wir hier noch zu jetzt machen wir jetzt mal hier ich glaube doch wohl nicht so So, dann hätten wir das schon mal. Okidoki. So, jetzt machen wir den Boden. Ja, den machen wir eben aus Stein. Ist jetzt kein Riesenbahnhof, aber ist auch nur eine kleine Wüste hier. Das sollten wir... Ja gut, dann müssen wir noch Glas holen. Und jetzt machen wir erstmal den Boden noch schneller drin. So, jetzt machen wir das mal schnell. So, jetzt gucken wir mal. Hier werden wir auf jeden Fall noch... Hm, genau das. Machen wir das so. Am Blick kurz unsere Spieltacke. Spieltacke. So. Blub. So. So, dann gucken wir mal. Ja, das ist ok. Wir machen jetzt erstmal hier den Boden rein. So. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir das mit der Bahn weitermachen. Wie die dann weiterfahren soll. Weil so einen kleinen Stopp wollte ich halt hier machen in der Wütste. So, der ist ein bisschen klein irgendwie, der Bahnhof, oder? Hm. Ja, der Vieh ist ja ein bisschen klein. So. Okay. Gut, das lassen wir dann erstmal. Und das können wir auch wieder wegmachen, ja? Das brauchen wir gar nicht. Das war... Kacke. Komm her. So. Die machen wir erstmal weg, weil die brauchen wir noch gar nicht. Das passen wir an, wenn wir den Bahnhof soweit stehen haben. So. Schwuppliwupp. Schwupp. So. Äh, jetzt machen wir es mal eben schnell in den Ofen. Tuck, 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 tuck. Oh, bin ich doof. Entschuldigung. Tja, ein Ofen geht bestimmt auch so. Ja, dann gehen wir mal lieber an den Krafting-Täbel, ne? So, jetzt machen wir mal eben den Ofen. Damit wir nicht immer zurück müssen. So. Hupp. Den setzen wir uns jetzt mal eben in den Bahnhof. Tududududududu. So. Jetzt brauchen wir noch, äh, Glas. Und da haben wir noch was zu Hause. Ja, auf jeden Fall, äh, fahren wir jetzt zurück. Oder fahren wir nicht zurück. Und da ist, oh, hallo, komm her. So, wir machen das Glas. Damit wir dann hier fertig machen können. Ah, ich hab da noch eine Idee. Okay, im Blick. Dann könnte man ja auch hier. Schluck. Ne, das sieht kacke aus. Okay, im Blick. Tudududududududud. Jetzt müssen wir, glaube ich, dann doch noch mal zurückfahren. Um dann letztendlich das fertig zu bekommen. Aber okay, das machen wir dann, äh, da müssen wir nochmal neu aufbauen hier. Okay, dann machen wir das jetzt einfach mal. Bis zum nächsten Mal.